Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Alles neu macht der Mai. Genau, hast du richtig gewusst. In dem Sinne gibt es auch bei uns im YouTube-Kanal oder auf unseren ganzen Kanälen, wenn man so will, einiges, was wir jetzt im Mai ändern werden und um was es jetzt genau geht und was wir alles ändern, das siehst du in diesem Video. Viel Spaß! Um nochmal mit Sprichwörten um mich zu schmeißen, der April, der macht ja wirklich, was er will. Vor allem bei uns im YouTube-Kanal und so allgemein war bei uns der April irgendwie sehr unkoordiniert, sagen wir es mal liebevoll so. Wir waren krank, also erst war ich krank, dann war Elias krank, Mama hat wieder voll durchgepowert. Und ja, irgendwie waren es sehr viele Dinge, die wir auch zu klären hatten und zu organisieren hatten. Und ja, von daher war alles im April irgendwie zumindest für uns gefühlt anders wie sonst. Im Kanal auf YouTube lief es eigentlich ganz gut durch. Und ja, jetzt werden wir, wie gesagt, im Monat Mai einiges ändern. Wir haben uns ein bisschen neu strukturiert, haben ein bisschen neuen Plan gemacht, beziehungsweise sind immer noch am Planen. Und von daher habe ich mir zur Feier des Tages hier auch unser schönes Freuzeitpark-T-Shirt angezogen. Einige von euch haben es ja schon gekauft bei uns im Shop. Wenn es dich auch interessiert, schau mal vorbei. Da gibt es nämlich jetzt aktuell auch noch Prozente, also zumindest wenn das Video rauskommt. Und heute ist nämlich jetzt der 2. Mai, also da, wo ich das Video aufnehme, online, geht es dann planmäßig. Hoffen wir, es hat geklappt, am 3. Mai. Ja, und von daher legen wir jetzt los, was sich im Monat Mai bei uns alles so verändern wird. Und ja, die erste und eigentlich, wenn man so will, elementarste Änderung ist, dass es donnerstags planmäßig, keine Ausnahme ohne Regel oder keine Regel ohne Ausnahme, aber planmäßig gibt es donnerstags jetzt keinen Videos mehr auf YouTube, also keine Vlogs. Die verlagern wir jetzt auf den Freitag, also so wie heute, gibt es dann planmäßig nicht immer nur Blabla, so wie jetzt, sondern richtig tolle Freizeit, Vlogpower, die es jetzt ausnahmsweise, weil ja heute das Blabla-Video kommt, dann morgen gibt, also am Samstag. Also von daher, alle, die sich ab jetzt donnerstags auf ein Video freuen, ne, ist nicht mehr. Wir sind umgezogen auf den Freitag. Also schreibt es euch ganz, 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 ganz fett in den Kalender. Aber das Schöne ist ja, das ist nicht live. Es ist zwar in Farbe, aber nicht live und in Farbe, sondern ihr könnt es ja anschauen, wann ihr wollt. Also von daher könnt ihr ja auch das Video vom Freitag nächste Woche Donnerstag schauen oder wie es für euch halt am besten passt. Das ist die erste große Neuigkeit im Mai. Bestimmt werde ich mir die Haare auch noch schneiden im Mai. Ich habe es nämlich schlimm nötig. Und auch die Rasur, die wird auf jeden Fall im Monat Mai ganz, ganz bald auch wieder stattfinden. Aber das betrifft ja dann mich und nicht euch. Aber das ist auch wichtig zu erwähnen, dass ihr nicht jedes Mal erschreckt, wenn hier der Grizzlybär vor euch sitzt. Was wird sich im Monat Mai noch verändern? Ja, viele von euch wissen es ja schon. Wir gehen wieder auf Kreuzfahrt. Auch wenn die Vlogs jetzt im Mai nicht online gehen werden, werden wir jetzt unsere vierte Kreuzfahrt dann machen. Na, so rum sieht es schöner aus wie so, oder? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall unsere vierte Kreuzfahrt machen. Nach Norwegen mit den Fjorden und entsprechend Norwegen und Dänemark und der Karibik kommt jetzt nochmal die Nova mit ins Spiel. Und wir gehen nochmal Richtung Norwegen. Ja, Dänemark hat sich da irgendwie auch mit reingeschlichen, obwohl die Tour, glaube ich, nur Norwegen heißt. Aber sei es drum, Rootings verändern sich ja immer mal wieder. Also von daher freuen wir uns ganz, 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 ganz arg wieder auf die Nova, die uns bis jetzt ja eigentlich am besten gefallen hat. Von daher wird Kreuzfahrt 4 Stay Tuned sozusagen im Monat Mai starten. Und ja, planmäßig dann irgendwann im Juni gibt es dann neue Kreuzfahrt Power, neue Kreuzfahrt Vlogs. Und ja, da freuen sich ja die meisten von euch ganz, ganz, ganz arg drauf. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Fragen habt oder irgendwelche bestimmten Dinge sehen wollt von unserer Nova Tour, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder ihr schreibt es uns auf Instagram oder entsprechend per E-Mail. Und dann gucken wir mal, ja, dass wir da auch eure Wünsche und eure Fragen oder was auch immer ihr sehen wollt, dann berücksichtigen könnt. Und ansonsten sind wir ja nicht alleine unterwegs, sondern mit Freunden. Von daher wird es bestimmt ein bisschen anders wie sonst, aber bestimmt auch mindestens genauso lustig. Das kann ich euch schon mal vorab versprechen. Doch, würde ich so sagen, das verspreche ich euch jetzt einfach mal. Eine weitere Änderung bzw. überhaupt mal eine gewisse Konstante bringen wir dann jetzt in unseren Twitch-Kanal mit rein. Ja, wenn ihr Twitch noch nicht kennt, ich schreibe es euch hier mal auf die Binde. Da sind wir ja auch schon ein bisschen gestartet und werden jetzt schauen, dass wir immer dienstags online gehen, live auf Twitch mit Jubeltrubel, Heiterkeit, lustigem Austausch. Wir planen Reaction-Videos, aber nicht auf andere Videos, sondern auf unsere eigenen. Also das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Ansonsten, ja, tauschen wir uns aus. Wir machen Just Chatting, heißt so schön. Also wir quatschen über alles, worauf wir Lust haben. Bestimmt werden wir auch das eine oder andere Mal noch mit Gaming starten, mit der Nintendo Switch. Switch auf der Twitch, wird nie langweilig, das zu sagen. Und ansonsten schauen wir dann einfach mal, wohin die Reise geht, sozusagen, die Twitch-Reise. Es bleibt spannend. Also auch das ist eine neue Änderung bzw. eine gewisse Konstante. Ja, hoffentlich. Also ich denke schon, wir starten nächste Woche jetzt gleich mal. Und dann, ja, werden wir uns dann auch zukünftig konstant planmäßig live dienstags auf Twitch sehen. Wenn du noch nicht vorbeigeschaut hast bei Twitch, wie gesagt, schau gerne mal vorbei. Ich schreibe es euch ja auch nochmal unten in die Beschreibung mit rein. Und dann seid ihr da immer live dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei unserer Berlin-Tour und auch auf der Kreuzfahrt merken wir immer wieder, wie gut es uns gefällt, neue Regionen zu erkunden, neue Städte zu erkunden, neue Länder auch zu erkunden. Aber es geht ja in erster Linie darum, da, wo man ist, einfach was Neues zu sehen. Und von daher haben wir uns jetzt auch Folgendes überlegt. Wir werden zukünftig auch mehr noch auf Städtetrips gehen. Das kann man ja auch wunderbar mit dem einen oder anderen Freizeitpark, der vielleicht in der Nähe ist, dann verbinden. Also von daher gibt es neben Freizeitpark, neben Kreuzfahrt, Camping und sonstigen Dingen jetzt planmäßig dann auch noch Städtetrips. Ob man das jetzt im Monat Mai tatsächlich schon umsetzen werden, ist fraglich. Wir haben ja auch nur noch drei Wochen jetzt bis zur Kreuzfahrt. Aber auf kurz oder lang, wir haben ja auf jeden Fall die eine oder andere Stadt hier in der Region und auch die eine oder andere Stadt, die vielleicht ein bisschen weiter ist, mal ein bisschen genauer anschauen und mit euch dann da auf, ja, es ist ja fast schon wie so eine Art Kreuzfahrt, nur ohne Schiff. Also auf jeden Fall mal auf abenteuerliche Entdeckungstour, dann in den einzelnen Städten dann auch gehen. Bestimmt hast du auch eine Stadt bei dir in der Nähe oder hast eine Lieblingsstadt. Von daher schreib gerne auch hier mal in die Kommentare oder auch gerne per Instagram oder E-Mail, welche Stadt wir unbedingt mal erkundigen müssen. Erkundigen? Ne, erkunden. Ach mein Gott, welche Stadt wir unbedingt erkunden müssen und vor allem auch warum. Von daher schlagen wir dann vielleicht auch in der Stadt irgendwann mal auf. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Also für uns ist es ja Neuland. Wir werden auch Städte, wie gesagt, hier im nahen Umfeld einfach mal erkunden, auch wenn wir die schon kennen. Aber bestimmt geht man auch ganz anders durch die Nachbarstadt, wenn man einfach mal den Touri-Modus einschaltet. Also von daher sind wir dann da jetzt auch ganz neu auf Entdeckungstour. Und die Stadt bei uns um die Ecke, die kann ja für euch schon fast Urlaub sein. Wir fahren ja auch nach Hamburg oder meinetwegen nach Berlin, um die Stadt zu erkunden. Vielleicht fahrt ihr ja von Hamburg oder Berlin mal zu uns in die Region und dann wisst ihr schon, was euch in der Stadt bei uns um die Ecke so alles erwartet. Wir haben auch noch etliche andere Pläne, etliche andere Ideen und auch ganz verrückte Spinnereien zum Teil. Aber davon sind die meisten noch top secret. Also von daher wird jetzt noch gar nicht mehr verraten. Aber wie heißt so schön? Alles zu seiner Zeit. Also von daher werdet ihr auch da in Zukunft, vielleicht sogar schon im Monat Mai, noch das eine oder andere Neue erleben. Ansonsten auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Weil wer rastet, der rostet, heißt es ja immer. Von daher haben wir uns schon ganz, ganz viele neue Dinge überlegt, die wir angehen werden. Und zum Schluss von diesem Video noch ein kleiner Nachtrag erstmal zum Thema YouTube. Also kann natürlich auch gut möglich sein, dass es mal in der Woche mehrere Videos gibt. Auch das ist ja keine Seltenheit. Von daher seht einfach den Freitag als Freuzeittag zukünftig an. Da gibt es planmäßig auf jeden Fall ein Video. Und alles andere ist ein Bonus, worauf er euch umso mehr freut. Hoffe ich und denke ich doch mal. Und ja, zum Schluss, jetzt wirklich zum Schluss, sage ich noch Danke. Und zwar dir, 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 dir und dir, dass du uns heute bei diesem Talk oder mich vielmehr bei diesem Talk begleitet hast. Wie gesagt, es gibt einiges Neues. Und wir hoffen, ihr freut euch genauso auf die Zukunft wie wir. Wir haben mega, mega viel Spaß mit euch, mit unserem YouTube-Kanal. Und ja, freuen uns einfach tierisch auf, was da auch immer kommen mag. In diesem Sinne war es das jetzt eigentlich auch schon. Zum Schluss freuen wir uns natürlich auch auf alle, die unseren Kanal noch abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt ihr dann auch gerne auf die Glocke. Und dann seid ihr immer dabei. Dann ist auch völlig egal, ob beim Camping, Freizeitpark, Kreuzfahrt oder auch vielleicht bei unseren neuen Städtetrips. In diesem Sinne, freut euch auf morgen. Da gibt es dann einen neuen Vlog, ein neues Videoabenteuer mit uns, mit Elias, mit Mama und mit Papa. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüss und zum Schluss denkt ihr bitte wie immer daran. Die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon. Bis dahin, euer Simon.